Moin moin ihr geiles Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge League of Legends. Wieder mit den üblichen Verdächtigen Sebastian, Bram, Dalu und Phil. Weißt du, wenn wir schon richtig reingesuckt haben im letzten Spiel, dann sucken wir jetzt mal richtig hart rein. Wenn wir jetzt schon reingesuckt haben, dann sucken wir jetzt richtig rein. Super Jay. Nein, tu das nicht, ich will nicht D-Rank werden. Das erbringt sich schon auf, dass ich Thalia gespielt habe. Ach guck mal, Jungle Panther. Nein, ich möchte nur nicht, dass du Scheiße spielst. Was da losgierst. Ey, ich will nie Scheiße spielen, Sebastian. Moment. Guck mal, ich habe so ein geiles Surfboard, ey. Ich habe einen geilen Stein. Machst du jetzt Longboard Tour oder was? Ne, ich mach die Longboard Tour. Boah. Bei Jay mach ich das hier. Jawoll, Alter. Jetzt richtig die Lutzi ab, ey. Dance to the Music. Dance to the Music. Boah, Alter. Fast vergessen. Ihr seid aber nicht mehr mit Ernst da bei der Sache, ne? Wir sind vollkommen Ernst bei der Sache. Boah, ihr habt einen Melfight hier top. Jawohl, ähm. Wie war das bei Caitlyn, jeder 100 zu Schuss ist ein Headshot, oder? Ja. Ja. Quasi. Jeder hundertste. Nenn es jeder hundertste. Ist das das Soraka? Das ist Soraka, ja. Die ist aber auch jetzt neu. Nice. Schöner Trade. Alle hochkonzentriert. Ja. Äh. Spacko, ey. Schaden. Die schaut so, ne. Ah, Melfight wird glaub ich nicht so, nicht so ohne hier. Ah. Nicht getroffen. Bananasho. Ring, 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 ring. Hat sich einen normalen Trunk geholt, der Arsch. Hey, Talia, ganz ruhig. Äh, Quatsch, Soraka. Nice, ja. Die Trades, die laufen doch. Da ist ein Pöttchen gezündet. Die Wurst. Da ist Gebäude drin. Guck dir das an. Ist ja der Shit. Pantjama kommt auch. Na ja, Pantjama ist top. Ich komm zu dir. So, jetzt kommt die Kompo. Prost. Ist immer noch da? Ja, mach ihn. Ich bin dabei. Jawohl. Jawohl, schön. Ja, schön. Nice. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter. So bin ich. Ich bin einfach geil, Junge. Ich bin der krasse Ficker. Ach guck mal, ihr habt auch einen Kill geholt. Wer hat den First Blood geholt? Waren wir das oder wart ihr das? Ach, scheiße. Du, Alter. Mach mal die Augen zu, weil du siehst, das gehört dir. Und weiter, weiter, weiter. Oh shit. Oh, schade. Die Plays. Oh, Leute. Oh, leider hielt der sich. Oh, der wär sick gewesen, ey. Oh shit. Oh shit. Vorsicht. Versorgt halt nicht, dass ich das Auto-Tech-Ding trifft. Das wär echt assi. Ah, ne. Komm, komm, mach eine E. Mach eine E-Kollege. Okay. Okay. Ready? Go. Ach, komm. Na egal. Gerade. Aber, aber, was? Crash raus. Das war doch sick hier oben, ey. Die Plays. Ja, meine Plays war krass, oder? Ich fand das richtig gut. Ich fand das richtig gut. Ich fand das richtig nice, was wir gemacht haben. War schön, Dalu. Was ihr da gemacht habt? Keine Ahnung, was ihr gemacht habt. Da hab ich auch schön gespielt. Wir haben richtig schön. Wir haben noch schöner gespielt. Wir haben noch schöner gespielt. Hätten wir den Israel dann noch bekommen mit den Tricks. Was wär schön gewesen. Das wär echt schön. Das wär echt schön. Kommt er erst mal auf die Top-Lane und ist Half-Life. Die Wurst. Wo gehört sich das? Ah, der wird jetzt im Back sein. Ah, was will die Bananen? Die Bananenwerferin. Leider. Shippen. Ne, die sind back. Wir können da mal rein pushen. Du hältst das unten, Dalu. Ich geh mal Mitte. Aber sicher. Marm, geh mal drauf. Den Wurst-Jungler scheinbar gesehen, oder? Oh nice. War dann, war dann schon los, ja? Wie hat sich schon Level 6? Wusste ich da, dass schon Level 6 ist. Habt ihr den Jungler gesehen? Ne. Jungler war irgendwann unten und hat den, das Kreppchen gemacht. Mr. Krabs. Was macht das eigentlich? Weil das macht ja keinen Schaden irgendwie. Wenn du drin bleibst, kann die dich festnageln. Achso. Ruten. Anwurzeln. Oh nein, ich wusste doch. Hey, mach da keinen Käse. Tick mich. Ja. Ist ja... Habe keinen Käse gemacht. Ich hab die nur bei einer Half-Life gemacht. Nein! Hättest du dir auch was sagen können, weißt du? Davon bin ich nicht ausgegangen, dass das klappt. Um ehrlich zu sein. Wollt ihr Drake? Also können wir mal einen Push rein und dann machen wir Drake. Äh, der kommt in der Mitte der Jungler. Hättest du Drake. Okay. Und wie ist das für ein Kackes ab? Du bist ja auch drin. Ja, ich hab mein Feld gerade auf. Wer ist weg, der ist ... Schön. das hat geht wahrscheinlich so wirst du raka da oben ist so vaka nice die haben wir sie kriegen auch will abhauen lassen lassen abhauen lassen abhauen macht ihr lieber die dicken hier ist noch nicht weg ja der wird da nicht viel mal nur ein hit ich habe ulti naja ich will auch eben kaufen läuft bei uns hier läuft bei uns geil läuft auf jeden fall besser als das zyra spiel kann man auch nicht viel schlechter machen möchte blue haben ja bitte dann komm her hopp fehlt hopp ist wahrscheinlich back kann sein dass die ulti schneller castet von wem von caitlin das war jetzt eigentlich mega schnell ich weiß nicht ob die sich innerhalb des jahres jetzt groß geändert hat die hatten ja ganz großes adc update gehabt die spielen sich jetzt alle ein bisschen anders kann sein dass sie irgendwie ein bisschen geändert haben das weiß ich nicht bei der toplane fehlt immer noch da ist er wieder naja ist noch jeder geile scheiße ja ich kann doch jetzt gerade nicht weg nein der es real kassiert ihr jeden cool der ist voll geil das war so blöd was er ihn in den schuss rennen lassen auf den scheiß pantheon gang könnte ärgerlich werden für uns ich weiß gar nicht was er die ganze zeit macht der pantheon einmal toplane war aber bei euch nie ist bei mir nie ist hotlane hat er schon aufgegeben ok wir sind raus raus rennen renn einfach port 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 er ist schon unten ja auch kaputt die raus ich kann es mal ich gerne flächen müssen was hast du dafür eine fähigkeit gemacht die so auf mich ging ich ja da war so ein strich unsere charaktere miteinander verbunden hat ich dachte du machst irgendwas die charaktere haben sich nicht miteinander verbunden kann ich nicht also nicht dass ich wüsste dass ich jetzt irgendwas getan hätte ich dann top tower leider nicht in einem durch machst du viel schaden wie du kannst ja weil schick koordiniert von der bot lane und von 11 weiter und auch er fahrt dann an er war schnell schaden den er da rausgehauen hat guck mal haben wir in die mitte gecruist muss er weg schule hier was sind das immer für kleine rote kreise die ich in den büssen seh top lane fehlt james ok raus kleine rote kreise kleine rote kreise ich weiß nicht was du für kleine rote kreise ach ja doch stimmt ach so da standen mal wards da standen mal wards von den gegnern wenn du darfst halt immer mal fehlt fehlt immer noch oben ok kann sein hat aber auch kein tp also keine ahnung was er macht jetzt weiß ich auch was die der strich weil der die charaktere verbunden hat wenn einer in meine falle läuft der stand wohl genau hinter dir ja ja genau dann kannst du auf den schaden macht halt richtig viel schaden scheiße wenn er in der falle ist mache ich mehr damage an ihm ja wenn du diesen pfeil hast wenn du wenn das auf den zielt dann machst du richtig dann kritisch du oder ne du machst bonus schaden glaube ich ja so ordentlich damage wobei das macht richtig damage ich bin aggressiv tschüss oh 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 das war nice ne könnte man nicht ui 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 die schmackt knapp ich hab ja schon gedacht als die soraka so aggressiv kam kam der gang ich weiß nicht ob der pension immer nur da ist mir fehlt das mana für ein bisschen stress mir fehlt das leben für ein bisschen stress tante ist auch wieder da ja ja das könnte auch da sein oh fuck dann drücke ich das ich hab jetzt angst ich geh mal einfach okay sehr gut das kann gut sein aber bram ist auch da hast du tipp hast du tp sepp ja hab ich ich dachte bescheid wenn da steht drin hier steht auch eh ein wort bei uns hier wir sind immer noch drin wollt musst du sagen ja 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 und der mail hat sich nur rüstung gekauft die bitch nur ein wort ich kann nicht schweepen oh jetzt wird allerdings wird angegriffen das muss reichen oder oh der ignite nice alles gut okay ja ich weiß nicht ob der pass auf seit ihr dich nicht trifft tp sepp ach er hat mich geblockt mit seinem ulti die fette wurst hinter uns kommt zed wir fallen ulti raus tschüss 0 bau oh gott da steht noch mal drin okay alles klar ja dann ist noch der set huiuiui äh huuuu krasses game wir müssen bisschen anstrengen ich glaube ich war ein drittes thalia spiel jetzt das ist halt echt nicht ich finde den champion voll cool mir macht das voll spaß mit dem mit dieser e w kombo und da ne q drauf hauen einer meiner lieblings supporter waren mal fiddlesticks fiddlesticks super nervig sei ich dir im im turn zu unten auf der lane naja mit dem vier könnte blub aufgebrochen in der silence ja dann holen wir den dann schnell erst geht mehlfahrt ist irgendwie weg keine ahnung holen dann komm kurz blue ja machen wir das schnell mach als top tower hab ich ach komm potet der direkt wieder rein gut hier ist soraka kommt hier hoch naja lass botlane wieder gehen ich hab top tower gekriegt und flash vielleicht kriegen wir den S da haben wir noch flash und guck mal gleich seit du nach oben kommts vielleicht der mehlfahrt wird wahrscheinlich durchpuschen ok flash raus sehr schön ja ich weiß hier war panthe halt ja das meinte ich halt noch flash und eh ne ja ist egal aber flash hat er jetzt nicht mehr panthe bot denis was willst du von mir ich hab gefragt ob du nicht top kommst und den melfat nicht machen möchtest weil der ja aber wenn der panthe schon wieder auf botlane ist muss ich halt besser machen du machst den doch ok du bist doch du bist doch du bist doch even mit dem ja ist ok ja dann holen wir jetzt zucki dann tun wir nicht machen wir drag wir machen drag wir machen drag Melfat fehlt hast du tp? ne hast du nicht ich hab keinen tp ich hab vorhin tp Melfat fehlt aber immer noch der dürfte auch keinen tp haben oh oh aber er kommt durch die mitte Melfat kommt durch die mitte oh shit Damage geht raus geht raus Melfat kommt Melfat kommt komm mir nicht raus komm mir auch nicht raus oh Melfat fickt mich ja oh oh das war scheiße triple kill triple kill alle klar oh bist ja even Sepp ne ja bist ja even jetzt wohl nicht mehr vielleicht hättest du da folgen müssen ja vielleicht hättet ihr einfach früher da weg gehen sollen was wir gesagt haben kam nicht da weg früher als drag down war nee drag abbrechen ja vielleicht hätten wir das auch nicht tun dürfen der Sepp das sind vier Leute was machst du da ja wie bist du mit dir Kai falsch gerade alter ein bisschen ärgern ein bisschen ärgern achso ein bisschen ärgern ein bisschen ärgern ein bisschen ärgern boah ja hier ist unser Profi ja ein bisschen nur Silber das war ein lag ja stimmt ich bin nur Silber boah boah melfoyd dem mach ich jetzt ja gar keinen Schaden mehr hier unten ist jetzt blöd ich seh nix er macht die Augen auf boah hat er sich schien gekauft ach ach boah ich bräuchte mal kannst du mir hier ein bisschen Backup lassen was heißt denn Backup lassen die helfen ich bin da also ich bin fast da ich hab halt nur Angst vor Pantheon deswegen hab ich ein bisschen deeper geworden um zu gucken ob der Botlenk kommt meinst du wenn er eh über den Himmel kommt ja aber dann muss er irgendwo das machen und wenn er da hinten zu raus 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 rennen 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 komm top gib trau ich nicht dann rein go ok launch nix passiert ach komm genau in dem Moment flash der ich kann den Sloan ja jetzt holen wir den nochmal zurück Pantheon kommt Pantheon kommt Botlane rein nachkommen kann nicht wahr sein ich hab das weg geultet war gut flash und ult raus kann sein das sind's gleich richtig ficken aber das Problem ist mit Zed auf jeden Fall das ist der letzte sind wir da jetzt naja wir sind so in der Mischung mal so mal so wenn der Botläder wenn der Botläder weißt du wer sagt der ist Botläder dann ist er ungefähr Drake ja aber er kann jetzt da ulti überall rein ich geh mal mit ich geh mal mit zu verteidigen ja er macht jetzt schaden ja fucking ja ich muss da raus ach du ulti ich geh mal raus und du tust wahrscheinlich auch gut ich kann aber schnell mit der ulti wieder zurück kommen naja ist doch wieder weg das ist weg aus der Mitte hui 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 oh da kommen diese slow geister okay melfart hat melfart hat set ist unten pantheon ist unten die wollen die Botlane einreißen ich brauch Marna ich brauch Marna die wollen die Botlane einreißen naja ich würd nur sagen naja das kann ich nicht machen naja kriegen wir nicht verteidigt melfart fehlt ich hab jetzt wieder TP bereit hinter den habt ihr kein Wort ne ne das sind auch 4 das wär alles um ja wenn ich reinpotten würde dann ach so Bomben dann sind wir immer nur 3 gegen 4 naja das ist immer nur ne Selbstmord ich hätte gedacht da wär jemand von den anderen dabei was ist echt kacken hier gegen melfart eh der hat natürlich hart was gekriegt eh der 0 steht ja ganz gut pantheon war bot ne ja war der gerade ja kein Rückzugsort mehr ohne Tower komisch der Blue oder ist er weg ne der dürfte eigentlich noch da sein pantheon die ganze Zeit unten war erdendrache ist next wer ist da er ist da pantheon hier oben hier oben hier Soraka läuft hier durch den an den an den Schatz komm top jetzt kommt zu Drake wahrscheinlich doch mit ich fighte den weiter kein Wana mehr ja er ist auch zu tanky als dass er den hier auf dem oh da ist mit full life ist lohnt sich das überhaupt nicht sehr gut nichts passiert wollen wir Drake reingehen sofort ich kann tp wäre gut die anderen sind halt auch bot lane ja fang jetzt an tp 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 ich geh rein my fight auch geht ein bisschen an die Seite oh Leute hier läuft genau in die andere Richtung von mir was that fuck it ich bin raus und tot oh danke Dennis boah das war knapp bam bam ich bin raus ich bin raus ich bin schneller als du das war kacke wieso haben wir denn nicht einen getötet gekriegt fuck it kein Fokus war ein relativ schnell auf mir drauf ich versuchte Set zu kriegen wen sollten wir denn wenn dann Fokus und schon Set oder ADC ist Set Pantheon mal rausschaden Soraka ist auch nicht schlecht zu fokussen weil die halt heilt wie scheiße ja das stimmt also feel free ja richtig ja richtig ja da ist noch Pantheon da ist noch Pantheon Pantheon kämpft er jetzt aber nicht ne doch machen noch ein bisschen Spielen du darfst du darfst rückmitte rotieren du darfst rückmitte rotieren ja ja da du mitte 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 ja ich bin auf dem Weg jetzt aber hier hat einer was gelegt glaube ich was auch nicht abfängt hätte ulti ich hab so Raka getrennt schön aber ich hab auch Uldi gemacht schön Ezreal auch Ezreal haben wir ja Pante ist hier noch unten rechts Pante ja er rennt damit in den Busch weg na egal hol uns aber den Tor ich versuche mir Soraka zu holen du bist alleine ich hab Soraka Seth du bist alleine ja ich kann die beiden noch aufhalten hörst du ich sag das immer nur gerne an ich bin grad tot bin hab ich ja die Zeit dazu ja boah vor der Selbstwortanschlag da von mir holy shit oder Selbstwort ne Selbstwortaktion nicht Selbstwortanschlag das ist doch was anderes das ist doch was anderes Ante kommt Ante kommt ich komme entgegen euch Z hab ich gib Gas die sind schießen da hallo nein lass es ich kann nicht sonst krieg ich den Speer ab was nice ich muss doch nur einen Speer abliegen ne ist alles super Vorsicht wir haben Blue geht da oben nicht rein was kommt da OJ geht schnell weg vorbei stirb stirb du Wichser ach scheiße er kriegt doch nen Heal von der Soraka fuck der Intubridi ja kann man so sagen stirb du Wichser Wichser was ist der jetzt so witzig gewesen der Mell fällt gerade alter was hat der gemacht hat mit mir gespielt und er hat Phil mitgespielt aber irgendwie hat er fand er nicht toll ich will wenn der Ultima bist du tot wenn der Ultima bist du tot wir machen ganz schön Aua der Typ komm schon ich komm rein ich könnte mit Ulti wenn ihr wollt wollt ihr nicht ja mach ja wenn du ihn aufhalten kannst gut lol vorbeigefahren hinter uns ist Mellfight blimm 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 und mitte mit tauschen ja warum nicht weil es ist nicht dabei werden ja die sitzen die wollen dann blumen weg wollte nicht helfen hier so hier sind drei und wir sind so alle ich hab Ulti Leute kommt ihr alle top ja wir hoffen doch schon Drake in einer Minute ich schlummer da rein auf jeden Fall what the fuck wir kommen doch nicht hinterher wo ist der echte Set wie funktioniert der Trick der muss hier noch in dem Bus sein ne der ist hier oben der ist oben wie funktioniert der Move wenn er sich unsichtbar macht ja der kann nur weg springen aus so einem Image es real fehlt es real oh snap hier unten sind ein paar ich hab mal Leute gefunden Leute Leute es real hier fader das wär cool gewesen ne es real ist drin Neufthalte ist auch gleich wieder da schön 101 oh raus 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 oh oh da komm ich nicht raus sollten wir gehen oder wahrscheinlich das Beste für unser Überleben support und Vega one hit down ist nicht cool immer 101 getraded zwei von uns tot von denen ist ja schon wieder da ist ja schon wieder da hat er den angeguckt einmal abgesnackt aber wirklich so Bager gucken oh scheiße scheiße ich komm Jay LOL jetzt hast du mich ich komm nicht hinterher da komm ich nicht mehr wieder raus der hat uns weg gemacht mit seiner Kulti ich hab die aber direkt wieder abgebrochen ich wollte abmauern ja aber das das ja egal ich mach mal kurz die Bot raus ich geh kurz shoppen ich geh kurz shoppen Spannendes Spiel wieder ne klatsch auch noch 100 es hängt messen wir mal kurz die ja Entschuldigung ich brauch nämlich nur 100 Entschuldigung da flog schon ein Minion weg ist okay du brauchst dich nicht zu entschuldigen jeder Farm gehört dir du bist der ADC ich mach grad drag na tun sie oh ja snap ich snap schade nächstes ist schon älter Juli ist schon drin ist das schon älter ja eine halbe Stunde komm schon komm schon nein jawoll vega sehr schön OJ pass auf lol er frisst mich ach wir spielen nicht mehr weiter wir spielen hier weiter wir machen den Melfight hier eben der uns so mega auf die Eier geht dann machen wir die anderen bei dream huiiiiii bleib hier einfach mal doch fack czy tumor Penn baron passt aber auf die vali uh pantheon ulti auf die könnte sehr sehr ätzend werden ich habe kein paper ich hoffe ich brauche mal verdade ich habe keinúsica ich hab noch 70 sekunden ich brauchte schwarze ich hab jetzt mal no risk no fun ich glaub ich hab jetzt nicht traut eigentlich ich glaub ich auch nicht super oben ist der Mord ah egal der ist down jetzt kommt Pante Pante Fokus haben wir easy wie schnell der da war ja das ist schön Vorsicht auf S-Rail-Ulti Blue willst du noch Blue haben? bevor der Ge... ja ja obwohl den Holt wird gleich ich geh die Top-Lane 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 gegen den Fortschritt kommt man nicht an ich bin da für alle Mitte ich komm mit schon ist klar dass Sepp halt irgendwie so komisch ein Transformers-Fuzzi da spielen muss ist super witzig ja ist auch cool er ist ein cooler Skin vor allem für den Transformers-Fan ich würde wenn ich Transformers-Fan wäre wie Sepp würde ich ihn auch glaub ich mähen ne das war das erste Mal hat er eigentlich der Misch gemacht ich push mit aus dem Pantheon-Kill machen die nicht so viel Malfight ist top nice da kommt einer Malfight oh da konnte er direkt flashen mega schlecht ich geh soll ich Top-Lane machen? dann bleib bei uns oder mach Top-Lane ja mach Top-Lane wir fahren jetzt nicht fighten ne aber Top-Lane kriegen wir easy damit durch LOL alle klar alles klar jetzt können wir auch fighten sehr schön jetzt kann er auch fighten ja und mit fight meine ich hier wird gefightet gefightet ihr habt da ganz wenig dahinten wo egal hinten rechts ihr unterm Tower musste er lungern ich mach den Top-Tower direkt mit kommt ihr mit Top-Tower sonst? wenn ihr fertig seid nein bleibst hier du bleibst hier du bleibst hier du bleibst hier sehr schön Top-Tower Top-Tower nice das war's das war's das war's das war's wir können doch weiter pushen wir haben 2 tot für 3 Sekunden weitermachen wir können jetzt enden einfach auf den Tower drauf das machen wir ich hab Ezreal sehr schön Pantheon hier wer zu tot? Ezreal lebt noch stirb jawohl nein ich konnte Dalu nicht mehr retten easy durch ach Pantheon lass gehen ok lass rausgehen 4 Sekunden sind 2 Leute da ja jetzt soll einer verвал sagen die im Talia ist nicht viable ey jaja hat der mitsch ist immer gut läuft jetzt irgendwie besser das spiel als das letzte insgesamt gesehen ja du hast ein versprechen gehalten aus dem leute nicht so viel der auf ja nicht ganz gut stehen alle außer da du ich stehe 24 alter ja du zählst sowieso nicht sie erwartet man hat nicht danke ich fand ich weil du jay bist und aber das konservor mir alle alle bot alle bot kommen wir wurden eben markiert alle bot und haben die spaß mit den restlichen lanes weg in 20 sekunden ja trotzdem benutzen die mit der zeit erstmal aus den namen zwischen gegen und dann haben sie sowieso bei den weg kann man aber nimmer aber so ein elder drake war schon ganz nice ja da gehen wir älter machen oder und älter es wie schon sind auf pantheons ulti einfach aufpassen dass sie uns nicht wieder zerfickt die werden nämlich jetzt auch untergehen ja wir haben sie wohl die idee pass auf wie verletzt geht so der einzige der da ist ja schnell der tod war ja ich mach doch mit der hat der pantheons ulti schon gestartet und da habe ich mit der bauer das ist einfach safe jetzt runterspielen oder ja also können ja können auch base gehen das ändert wahrscheinlich auch nicht viel wenn wir noch tower weniger klar ist drei nips haben ist das schon unterschied die medien zu kommen ja wer weiß versterben wir noch mal oder so weißt du ja echt mal es ist immer besser jetzt einfach voll der wirtschaften die wurst ja ja bleib hier soll denn das was verschließt dann hierbleiben nicht was wir eigentlich machen hier oder was hey jawohl nice sehr schön liebe leute sehr schön das war doch wunderbar easy das war ein schönes spiel hat spaß gemacht lasst eine bewertung da bis zum nächsten mal tschau bedankt tschau 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 tschau